Geheim Waffe gegen Falten, Vitamin E Wissen Sie, was hinter dem viel zitierten Vitamin E steckt? Es handelt sich dabei um einen der lebenswichtigen Vitalstoffe, Antioxidantien. Sie entgiften freie Radikale. Letztere entstehen beim Stoffwechsel und schädigen Gewebe, Organe und Blutbahnen, arbeiten wir diesem Prozess nicht systematisch entgegen. Vitamin E kommt natürlich in der Haut vor und beeinflusst die Regeneration ihrer Schutzbarriere. Außerdem reguliert es den Feuchtigkeitshaushalt. Das Antioxidantium ist nicht unerschöpflich. UV-Licht, Stress, falsche Ernährung und viele andere Faktoren lehren den Vitalstoffspeicher. Unser größtes Organ hault altert. Sicher denken Sie jetzt, das betrifft mich noch nicht. Dieser Prozess beginnt mit 20. Alterung und äußere Einflüsse Luftschadstoffe wie Ozon und Chemikalien greifen die körpereigene Schutzschicht an. Bei der natürlichen Abwehr kommt das Schutz Vitamin E ins Spiel. Es konzentriert sich auf das Gesicht. Hier bilden Hornzellen zusammen mit Lipiden, Fettgewebe, eine wasserdichte Barriere. Entstehen durch Umwelteinflüsse oder Alterung feinste Risse, reagiert die Haut mit Reizungen, Rötungen, Fältchenbildung und dem Verlust von Feuchtigkeit. Vorbeugend hat sich deshalb das Vitamin E in diesem Bereich angesiedelt, um den Angreifern eine Waffe, ein Elektro, zu nehmen. Das macht Aggressoren unschädlich. Diese ständige Höchstleistung vermag unser Organismus nur über eine begrenzte Zeit zu leisten. Dann braucht er Unterstützung von außen. Das körpereigene Vitamin E reicht nicht aus, um die Funktion als Garant für Gesundheit und Schönheit zu übernehmen. Stärkung von außen. 17.1 Was liegt also näher, als sich mit Vitamin E Gaben von außen zu stärken? ZB durch eine Creme, deren Beigabe des fettlöslichen Vitamins die angegriffene Schutzbarriere wiederkettet und zukünftigen Feuchtigkeitsverlust vermeidet? Das Ergebnis regelmäßiger Nutzung ist sichtbar. Die Haut wirkt gepflegter und frischer als kurze Zeit zuvor. Die unsichtbare Mauer gegen zerstörerische Eiweißstoffe vermittelt Ihnen ein angenehmes Gefühl von Sicherheit. Das funktioniert nur, ist die Creme hochdosiert. Experten gehen nach langen Versuchsreihen und unterschiedlichen Tests von einem idealen Verhältnis von 10 Gramm Vitamin E auf 100 Gramm Creme aus. Bei sogenannten SOS-Fällen, wenn die Haut also angegriffen und trocken wirkt, empfiehlt sich ein 25-prozentiger Anteil für eine Kur. Auf die Mischung kommt es an, enthält ein Präparat weniger als 2% des Vitamins, entfaltet dieses seine Zellschutzwirkung laut Fachleuten nicht. Der Rat der Dermatologen, hochdosiertes Vitamin E finden Sie z.B. in guten Apotheken. Dort erhalten Sie Cremes mit 10 und 15% Vitaminanteil, aber auch eine Repersalbe mit einer Konzentration von 25%. Warten Sie nicht, bis Ihre Hautschäden aufweist. Die meisten von uns merken, rötet sich der Tag in der Sonne leicht oder schimmern an kühlen Tagen die Ederchen bläulich. Die Hautpartien sind dort hauchdünn und speichern keine größeren Fettreserven zum Schutz. Solche Menschen brauchen speziellen Schutz. Wer zu trockener Haut oder zu nervösen Reaktionen wie Schüppchenbildung sowie Spannungsgefühl neigt, wählt seine Pflegepräparate sehr sorgfältig aus. Und das geschieht in der Apotheke. Erkundigen Sie sich bei nächster Gelegenheit danach, ob Ihnen nicht vorbeugend eine Vitamin-E-Serie, Z.B. von Optulent, hilft. Vorsicht in den Wechseljahren, das gilt auch für Frauen in mittleren Jahren. Sprechen Sie mit Ihrem Gynäkologen darüber, wie sich die Sache mit der Humann-Umstellung und dem Dünnerwerden der Haut verheilt. Im Laufe des Klimakteriums, Wechseljahre, teilen sich die Zellen nicht mehr so schnell wie früher. Die Regenerationsfähigkeit lässt nach uns die Haut verdünner. Fachleute nennen das eine Atrophie der Oberhaut. Wir stoßen die abgestorbenen Schüppchen nicht mehr so schnell ab. Der Tag wirkt matt. Die Torkdriesen reduzieren ihre Produktion systematisch und das Organ bekommt weniger Fett, ein böser Kreislauf. Durch die Risse drängen Schadstoffe durch die Schutzschicht und beschleunigen den Zerstörungsvergang von innen. Niemand, der im Spiegel unzählige Fältchen entdeckt, Lachfältchen sind die Ausnahme, ist darüber erfreut. Und niemand ist begeistert über rissige Partien an Ellbogen, Knien, Händen und Füßen. Um sich in seiner Haut rundherum wohl zu fühlen, stellen Frauen wie Männer ähnliche Ansprüche. Frauen wünschen sich wenig Falten, glatte, möglichst makellose Hals, Dekolle, Oberarm, und Schenkelbereiche. Männern sind die Falten weniger wichtig. Raue Haut möchte er auch nicht und schon die Partien finden die Herren der Schöpfung bei sich unappetitlich. Wissenschaftlich belegte Wirkung, gute Gründe, sich mit Vitaminen einzugremmen. Wer es perfekt machen will, ergänzt sein Vitamin-E-Programm mit Vitamin A und Urea, Harnstoff. Fragen Sie Ihren Apotheker, welches der Serienprodukte sich für Sie eignet. Über die Wirksamkeit der Vitamine gegen die Hautalterung gibt es wissenschaftlich belegte Aussagen. So bestätigt eine aktuelle Studie mit 50 Frauen ab 40 Jahre eine sichtbare Hilfe bei altersbedingten Schädten. Für Testpersonen mit trockener bis sehr trockener Haut verringerte eine Intensivkirme in 83% der Fälle die Spannungsgefühl. Bei 84% verbesserte sich der Feuchtigkeitsgehalt und 89% bescheinigten dem Präparat eine hautberuhigende Wirkung.